Du möchtest dir einen der neuen Raspberry Pi 5 kaufen, bist dir aber noch nicht so ganz sicher, was du konkret brauchst und was nicht? Dann ist dieses Video genau richtig, denn das werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Großartig! Bevor wir anfangen, kurz der Hinweis, falls du dir nicht ganz sicher sein solltest, ob der Raspberry Pi tatsächlich die beste Plattform für deine Projekte ist, dann schau gerne auf meinem Kanal oder auf uLabs.de. Ich habe da schon verschiedene Beiträge zu gemacht, wo ich dir gezeigt habe, welche Plattformen es gibt und welche vielleicht sogar besser sind, je nachdem, was du konkret umsetzen möchtest. In diesem Video gehe ich davon aus, dass du die kennst und die Entscheidung für ein Raspberry Pi 5 bereits getroffen ist. Wie schon beim Vorgänger Raspberry Pi 4 gibt es auch den Raspberry Pi 5 in verschiedenen Modellen, die sich durch die Menge an Arbeitsspeicher unterscheiden. Zum Verkaufsstart ist er mit 4 GB und 8 GB RAM verfügbar, später sollen noch 1 und 2 GB folgen. Wie viel Arbeitsspeicher du tatsächlich benötigst, das hängt stark davon ab, was du konkret machen möchtest. Für speicherhungrige Programme wie zum Beispiel Minecraft Server oder Elasticsearch, das ist eine Suchmaschine, braucht man tendenziell eher mehr Speicher. Bei kleineren Skripten oder für eine schlanke PHP-Seite und ähnliches, da reichen auch die kleineren Varianten. Wichtig ist hier zu wissen, der Arbeitsspeicher ist bei einem Platinkomputern aufgelötet. Bei x86 PCs, da kann man den nachträglich erweitern, das kennen viele, das ist hier nicht möglich. Solltest du bestimmte Programme betreiben möchten, dann schau vorab in die Systemanforderungen und wenn du da nichts Konkretes findest, dann helfen dir möglicherweise Erfahrungsberichte und Anleitungen aus dem Web, wie viel Arbeitsspeicher du einplanen solltest. Solange du keine speicherintensive Software hast, kann man mit 4 GB schon vieles machen. Bei Zubehör denken viele wahrscheinlich eher an optionale Sachen, das heißt, die kann man sich dazu kaufen für bestimmte Funktionen, aber die braucht man nicht zwingend. Auch das ist beim Raspberry Pi anders. Wenn ihr nur den, in Anführungsstrichen, nackten Raspberry Pi selbst ohne weiteres Zubehör kauft, könnt ihr damit noch nicht viel anfangen. Ich würde daher das Zubehör in drei Kategorien einteilen. Die erste Kategorie ist das, was ihr zwingend braucht, also sozusagen die Minimalausstattung, um loslegen zu können. Neben dem Raspberry Pi 5 selbst braucht ihr eine Micro-SD-Speicherkarte, die möglichst schnell sein soll, vor allem, wenn ihr eben die Desktop-Edition darauf installieren möchtet. Auf der Karte liegt das Betriebssystem, also meistens das offizielle Raspberry Pi OS, dazu die Programme, die ihr installiert und eventuell deren Daten. Für größere Datenmengen würde ich einen externen Datenträger nutzen, zum Beispiel eine SSD- oder Festplatte, der ist schneller und hat auch eine längere Lebensdauer. Von der Speicherkapazität her sollte die Karte mindestens 8 GB groß sein, wenn ihr ohne Desktop installiert, für den grafischen Desktop besser 16 GB oder mehr. Falls ihr eine neue Karte kaufen müsst, würde ich sie nicht zu klein wählen, allein schon, weil die Karten ziemlich günstig geworden sind. Ich nehme meistens 32 oder 64 GB. Viel kleinere lohnt sich vom Verhältnis her auch kaum, weil dann eine halb so große Karte nicht etwa das halbe Geld kostet, sondern meist bloß 1, 2 Euro oder so weniger. Um auf diese Karte dann das Raspberry Pi OS oder ein anderes Betriebssystem für den Raspberry Pi 5 zu installieren, musst du diese Karte an deinem Computer oder Laptop auslesen können. Manche haben einen eingebauten Speicherkartenleser, vor allem Laptops, da kannst du mal bei dir nachschauen. Meistens aber keinen für die kleinen Micro-SD-Karten, aber es reicht oft einer für die SD-Karten, die sind zwar etwas größer, die meisten Micro-SD-Karten haben aber einen Adapter im Lieferumfang, sodass du damit auch einen SD-Kartenleser verwenden kannst. Falls du keinen Kartenleser hast oder dir die Adapter auf die Nerven gehen, habe ich mir da mal den 4-in-Einkartenleser von Ugreen gekauft. Der unterstützt alle gängigen Formate, sogar ältere Karten wie zum Beispiel Kompaktflash und die kann man da direkt nutzen, ohne extra irgendwie Adapter nutzen zu müssen oder ähnliches. Im Betrieb ist eine stabile Spannungsversorgung für den Raspberry Pi 5 wichtig. Eine instabile Stromversorgung gehört zu den häufigsten Fehlerquellen und beim Raspberry Pi 5 kommt hinzu, dass der den USB-C-Standard für Power Delivery nicht einhält. Der braucht 5 Ampere, bekommt aber vom Standard nur 3 Ampere. Wenn dich das genauer im Detail interessiert, empfehle ich meinen Beitrag darüber, ob du tatsächlich ein neues Netzteil für den Raspberry Pi 5 benötigst. Für die Einkaufsliste von Einsteigern würde ich das offizielle Netzteil für den Raspberry Pi 5 empfehlen mit 5 Ampere. Da funktioniert alles und du musst dir über dieses Thema keine Gedanken machen. Die nächste Kategorie würde ich optionales, aber empfehlenswertes Zubehör nennen. Im Gegensatz zur vorherigen Kategorie kann man den Raspberry Pi 5 auch ohne diese Dinge nutzen, aber sie sind für viele Anwender empfehlenswert. Hier sehe ich das Gehäuse. Zwar funktioniert jeder PC, egal ob x86 oder Raspberry Pi, auch ohne Gehäuse, allerdings hast du dann eine lose Platine. Ein Gehäuse schützt den Raspberry Pi 5 vor Staub und anderen äußeren Einflüssen. Zuletzt sieht es auch ordentlicher aus, wenn der aufgeräumt in so einem Gehäuse drin ist, statt in der lose irgendwo rumliegen zu haben. Je nach Umgebung und geplanten Projekten kann in einigen Fällen ein Kühler mit Lüfter Sinn machen. Wie viel der bringt und wie heiß ein Raspberry Pi 5 ohne Kühler und Lüfter wird, das habe ich in einem eigenen Beitrag schon mal ausführlicher gemessen und gezeigt. Wenn du dein Raspberry Pi 5 an einem Bildschirm oder Fernseher anschließen möchtest, dann brauchst du unbedingt einen Adapter oder ein Adapterkabel. Durch die geringe Größe hat er nämlich nur eine Micro-HDMI-Buchse, die ist deutlich kleiner und viele Bildschirme und Fernseher besitzen nur HDMI oder sogar einen anderen Anschluss wie zum Beispiel DisplayPort. Die Adapter sind nicht teuer, wenn du das vorhast, solltest du aber prüfen, was bei deinem Bildschirm oder Fernseher frei ist und gleich einen passenden dazu bestellen. Und wenn du einen Bildschirm anschließt, dann brauchst du wahrscheinlich auch Eingabegeräte, Eingabegeräte. Das kann zum Beispiel eine Tastatur-Maus sein, da habe ich zum Beispiel mit der Logitech K400 so eine Kombi, die auch ganz geschickt ist, wenn man irgendwie vom Sofa oder so oder vom Bett aus da einen Fernseher steuern möchte. Oder aber wenn es Spiele sein sollen, Stichwort RetroPie zum Beispiel, dann vielleicht ein Gaming-Controller. Die letzte und wohl größte Gruppe ist sonstiges Zubehör für speziellere Zwecke. Da gibt es zum Beispiel im Bereich Elektronik sehr viel, da könnte man sich so ein Set mit grundlegenden Bauteilen kaufen, wie Widerstände, LEDs, Taster und so weiter, Breakboards oder Jumperkabel, um solche Schaltungen experimentell aufbauen zu können. Auch Sensoren können interessant sein, um Messwerte zu erfassen, beispielsweise Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Die Liste könnte man noch ewig weiterführen, weil es hier sehr vieles gibt. Das würde ich für den Anfang erstmal außen vor lassen, denn all diese Sachen kannst du dir später, wenn es sich interessiert, jederzeit noch nachträglich dazu kaufen. Außer natürlich, du möchtest ein konkretes Projekt umsetzen und brauchst dafür spezielles Zubehör, dann macht es Sinn, das gleich mit dazu zu bestellen. Um dir da mal so eine grobe Hausnummer zeigen zu können, was das ungefähr kostet, habe ich hier mal zwei Beispielrechnungen gemacht. Im ersten Beispiel ganz minimalistisch, was man mindestens braucht, um loszulegen. Einmal ein Raspberry Pi 5 mit 4 GB an Arbeitsspeicher sind circa 70 Euro. Eine Speicherkarte mit 64 GB Speicher sind etwa 11 Euro, denn das offizielle Netzteil für circa 15 Euro. Beim Speicherkartenleser gehe ich davon aus, dass ihr einen da habt, somit kommen wir mit diesem kleinen Paket auf rund 96 Euro. Wenn wir noch das Zubehör mit reinnehmen, was ich so als Starter-Set empfehlen würde, kommt noch ein Gehäuse hinzu. Da kostet das offizielle Gehäuse rund 12 Euro, der Kühler mit Lüfter rund 6 Euro und das offizielle Micro-HDMI auf HDMI-Adapterkabel, um einen Bildschirm oder Fernseher anschließen zu können, sind noch mal knapp 4 Euro. Das heißt, hier kommen noch mal rund 22 Euro hinzu. Insgesamt mit den vorherigen Teilen wären das über 117 Euro. Natürlich sind das bloß momentan Aufnahmen von einem beispielhaften Shop. Hier kann es Schwankungen geben, je nachdem wann ihr bestellt und wo. Das soll nur mal so ein grober Eindruck sein, damit man eine Hausnummer hat, mit der man rechnen kann. Wenn du dich nun fragst, wie man das alles einrichtet und wie man verschiedene Sachen auf dem Raspberry Pi installieren kann bzw. damit auch Sachen aufbauen kann, dann schau gerne auf meinem Kanal oder auf ulabs.de. Da habe ich schon einige Beiträge zu gemacht. Falls du Fragen hast, die noch nicht beantwortet sind, dann schau gerne auf ulabs.de in unser Forum, in die Community. Da kannst du gerne deine Fragen stellen. Was auch immer du mit deinem Raspberry Pi 5 vorhast, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.